So, dieses Video ist mein Tutorial-Video, wie ihr schneller in dem Game besser werdet, ohne extrem frustriert zu sein. Als allererstes geht es mal darum, wir schauen uns mal verschiedene Waffen an und weil wir es gerade eben diskutiert hatten, möchte ich nochmal ganz kurz zeigen, wie SMGs sich verhalten im Vergleich zu Sturmgewehren. Da die SCAR jetzt einen Buff bekommen hat, ist sie natürlich jedermanns Liebling, deswegen machen wir mal einen ganz kurzen Test und schauen mal, wie viel wir treffen bei drei Magazinen aus der SCAR. Wir haben von 30 Schuss 15 getroffen, das ist die Hälfte. Ja, ein bisschen mehr, wir haben nur noch 10% daneben geschossen. 72. Eigentlich müssten hier 90 stehen, wenn, ne stimmt gar nicht, eigentlich müssten hier 120 stehen, wenn wir die drei Magazine alle getroffen hätten. Es stehen aber nur 70 da, ja. Also roundabout 30% haben wir daneben geschossen mit der SCAR. Warum sage ich das? Jetzt setzen wir das Ding mal zurück kurz und wir spawnen uns mal die Ump. Die Ump ist nämlich eine Knarre, die echt, glaube ich, underrated ist gerade im Moment und wir bauen uns noch ein bisschen Munition, brauchen wir auch noch. Und dann schauen wir mal, wie viel wir da treffen. 25 Schuss sind drin. Ah, wir machen Extended Grip da dran. 35 Schuss sind im Magazin und wir gucken mal, wir nehmen das Holographic. Ah, ich brauche noch ein Compi, Compi montieren wir uns noch. Also nur mit Compi, ohne, ähm, ohne Vertical Grip. Jetzt einfach mal vergleichen. Sechs Schuss daneben. Ich weiß gar nicht, wie viel ich daneben geschossen habe. Okay, also 35 mal 93. Äh, 115 hätten sein müssen, das sind nur 96. Ihr seht, der Unterschied ist riesig von der Treffgenauigkeit. Wir machen nochmal den direkten Vergleich. 35 Schuss. 29, sechs daneben. 40 Schuss. Scar. Oh mein Gott, 19. Von 40. Na, ist mal arg schlecht. Lass mal nochmal probieren. 29. Also, so roundabout einen Drittel semmel ich daneben. So roundabout ein Drittel semmel ich daneben. Wir machen nochmal schnell die, ähm, ump. Haben wir nur zum Vergleich. Ja. Äh, von 35, 32 getroffen. Was ich damit sagen will, ist, spielt eine Waffe, spielt eine Waffe, mit der ihr zurechtkommt. Spielt eine Waffe, die euch liegt. Am Anfang, gerade am Anfang, spielt auf jeden Fall die, ähm, spielt die SMGs. Bis ihr mal reingekommen seid in das Game. Mit den SMGs habt ihr am meisten Spaß. Ihr könnt da richtig schön geradeaus lasermäßig sprayen, ohne dass ihr, äh, irgendwelche Riesenabweichungen habt. Und im Vergleich, mal auf die Entfernung ist das natürlich jetzt auch nicht so spektakulär. Aber ihr seht schon, ne, also diese zwei Dinger, die sind ja nicht gleich groß. Ja, wenn ich jetzt ein bisschen weiter weggegangen wäre, wäre es vielleicht sogar noch besser gewesen. Wir machen es mal auf die Entfernung. Wir vergleichen. Seht ihr den Unterschied? Also ich bin der Meinung, ihr würdet auf jeden Fall glücklicher, gerade als wenig erfahrener Spieler mit einer, mit einer Imp. Deswegen ist meine Empfehlung, SMGs, die Imp ist einfach so ein, so eine super, super Wahl. Wirklich, ist eine super, super Waffe. Okay, damit hätten wir mal das Thema Waffenwahl für wenig erfahrene Spieler abgeklärt. Und jetzt schauen wir noch mal ganz kurz, was haben wir denn noch für wichtige Punkte. Und da schauen wir ganz kurz hier mal rein. Äh, das ist meine Sensitivity, mit der ich spiele. 42. Äh, Vertical Sensitivity Multiply habe ich bei 1, 3, 5 stehen. 1, 3, 5. Das bedeutet, ich muss die Maus nicht so weit nach hinten ziehen, äh, um meine, meinen, äh, Vertical Recoil, also meinen Rückstoß auszugleichen. Den habe ich minimal hochgedreht. Ich habe wirklich extrem viel rumprobiert. Ich habe es bis auf 1,85 hochgedreht und auch wieder auf 0 runter, äh, oder auf 1 runtergedreht. Ich habe, ähm, ich weiß gar nicht, tausende Schuss rausgehauen, um das auszutesten. Und 1,35 war für mich die optimale Einstellung. 1,35 einfach, äh, 35% mehr Sensitivity, äh, in die Horizontale als in die Vertikale, einfach um den, äh, Rückstoß auszugleichen. Ihr könntet das theoretisch höher setzen, aber für mich hat es dann tatsächlich wieder die Situation verschlechtert. Also wenn ihr hier 2 schreibt, dann müsst ihr in die Richtung die Maus nur halb so weit bewegen, wie in die Richtung. Was dann natürlich sehr viel hilft beim Ausgleichen des Rückstoßes, insbesondere wenn er Assault Rifles spielt. Aber das hat sich tatsächlich bei mir nicht ausgewirkt, beziehungsweise hat sich die Sache schlechter gemacht. Deswegen Vertical Sensitivity Multiplier würde ich auf 1,35 stellen. Ähm, dann noch eine wichtige Sache. Schaut mal, wie viel DPI eure Maus eingestellt ist, wenn die Maus auf ne, äh, die Maus würde ich auf 1600 oder 2000 DPI einstellen, nicht auf 800. Es kann sein, dass wenn ihr normalerweise mit 800 DPI bei eurer Maus spielt, das ist wie gesagt eine Software, die läuft entweder diese, äh, Razer Synapse oder, äh, ich weiß nicht, wie es bei, ähm, bei Logitech heißt. Auf jeden Fall ist es eine Einstellung, die ihr in der Maus selbst vornimmt. Den nehmt ihr nicht im Spiel vor. Wenn ihr in der, im, bei der Mauseinstellung die, ähm, Sensitivity hochdreht, also von, äh, 800 auf 1600 DPI, dann kann es sein, dass ihr ingame die Sensitivity wieder runterdrehen müsst. Ähm, das könnt ihr dann ganz einfach machen hier in den Settings. Das ist die, äh, General Sensitivity. Und was ich auch gemacht habe, ist, und da sehe ich gerade noch einen Bug, äh, was ich auch noch gemacht habe, ist, ich habe alle Sensitivities für alle Scopes gleich gelassen. Hier ist auch was komisch, das muss ich umstellen. Ähm, weil ich dann einfach immer konsistent dieselbe Sensitivity habe für alle, äh, für alle Scopes. Also, 42. Sucht euch eine Sensitivity aus, stellt die ein für alle eure Scopes und, ähm, verwendet die Sensitivity, mit der ihr am besten zurechtkommt. Äh, das kriegt ihr am einfachsten raus, indem ihr Arcade spielt. Und, ähm, das wäre auch schon der nächste, das wäre auch schon der nächste Tipp von mir. Spielt Arcade viel in rauen Mengen. Es ist wirklich, Arcade ist das, wie ihr in dem Game am schnellsten besser werdet. Vielleicht während es lädt, während ich mich einlogge ins Arcade, vielleicht noch eine Randbemerkung an der Stelle. Team Deathmatch, Arcade, einfach auf Play drücken. Ich mache das Game jetzt leise, weil das ist sonst zu laut. Wenn ihr Arcade spielt, dreht die Lautstärke runter, sonst fliegen euch die Ohren weg. Ist ganz wichtig. Im Arcade braucht ihr nicht viel hören. Ähm, es gibt keine Schleichsituationen im Arcade. Im Arcade geht es einfach nur darum, um die Ecken laufen, schnell scopen und Gegner wegbrezeln. Deswegen, ähm, die Lautstärke runterdrehen, sonst fliegen euch die Ohren weg. Ihr könnt auch gerne parallel, was weiß ich, Spotify hören oder irgendwie Podcasts, so mache ich das. Ähm, Arcade ist für mich wirklich was, was ich nebenher mache, letzten Endes. Ein bisschen, ein bisschen daddeln und dann kriegt ihr diese Hand-Augen-Koordination hin. Genau. Und wenn ihr anfangt mit Arcade, und ich zeige euch das jetzt mal, die Imp, ist, genau die Imp. Ist meine Lieblingswaffe im Arcade. Ähm. Wenn ihr im Arcade spielt, dann spielt auf jeden Fall die Waffe, die euch am, am einfachsten zur Hand geht. Also, beispielsweise SMGs. SMGs sind wirklich optimal für solche Geschichten. Die Leute, die sich mit einer, also, wir können gleich mal einen Vergleich machen. Die Leute, die sich mit einer Scar ins Arcade stürzen, die haben halt von vornherein eigentlich einen Nachteil, weil die Scar im Vergleich zur UMP wirklich so eine Art Presslufthammer ist, ja. Die hat einen Rückstoß, das ist Wahnsinn. Macht's euch am Anfang nicht unnötig schwer im Arcade. Würde ich auf keinen Fall machen. Nehmt eine, nehmt eine UMP, nehmt eine SMG, nehmt eine Bison, äh, oder eine Vector mit Extended Mag. Das sind alles Waffen, die sind super. Äh, wir schauen mal ganz kurz in den Settings. Übrigens, wenn ihr zum Beispiel Arcade spielt, dreht dann einfach diese Launchstärke runter, zack, und dann könnt ihr ganz entspannt Arcade spielen, ohne dass euch ständig die Ohren wegfliegen. Mal gucken mal, jetzt ist es wahrscheinlich, äh, für mich fatal. Achso, und noch ein zweiter Tipp. Wenn ihr Arcade spielt, haltet euch vor, die sind rein Flächen fern. Die sind ultra fatal. Ich zum Beispiel spiele, ähm, mit der, mit den, ähm, SMGs, mit zweifach Scope, aber bei der, mit den Assault Rifles spiele ich nur mit nem, oh my god. Mit den Assault Rifles spiele ich immer, ähm, nur mit Red Dawn. Oh, es geht überall ab. Ich glaube, die kommen zu uns zu pushen. Ne. Bei den Assault Rifles würde ich zum Beispiel jetzt niemals, oh my god, was ist das? Was macht der da? Mit der MG sich hinlegen ist natürlich, Alter, das dennoch lebt, ist bewerbungswert. Oh my god, nichts getroffen. Ja, das passiert immer. Also lasst euch da wohl nicht. Cypher 3, ja. Alles klar. Ihr könnt auch mal schauen, ne. Ähm, wenn die Leute wirklich zu krass gut sind, ähm, schaut mal, wie die normalerweise vom Ranking her sind. Wenn die extrem out of scope gut sind im Vergleich zu, ah ne, ist es freund. Ach. Ich hab nicht mal ein Dings bekommen. Macht das mal. Also wie gesagt, versuch das mal mit einer Scar auf die Entfernung. Das kriegt der, also wenn er das mit einer Scar auf die Entfernung hinkriegt, dann seid ihr echt gut. Dann kriegt er von mir ein Fleißkärtchen. Was der noch da steht, bedeutet hier ist es safe. Rennt auf keinen Fall, rennt auf keinen Fall einfach so in die freien Flächen rein, ja. Ich, ich, ich würde beim Arcade immer versuchen, entweder in irgendwelchen beengten Räumen zu bleiben oder, ähm, mich am Rand der Karte aufzuhalten. Weil alles andere ist Selbstmord. Wenn ihr quasi über die freien Flächen in der Mitte der Karte rennt, habt ihr keine Chance. Da hinten ist ein Gegner. Äh, legt euch auch die Tastenkombinationen, mit denen ihr, mit der ihr die Gegner... Mit denen ihr die... Come on! What? Bemerkenswert. Es ist immer blöd, wenn es da von zwei Richtungen kommt. Die Tastenkombinationen, mit denen der Gegner markiert, solltet ihr irgendwo haben, wo ihr schnell drauf zugreifen könnt. Autsch, auutsch, auutsch. Hier war ein Gegner. Irgendwo. Da war er. Wo ist der Bro, der gerade auf mich geschossen hat? Hä? Hier ist irgendwo ein Gegner. Ich sehe, ich höre eine Szene nicht. Der ist hier hinten. Ihr merkt schon, ne? Ihr braucht keine hohe Lautstärke. Hat ein Buddy von mir gekillt, okay. War jetzt nicht mein Verdienst. Aber das war mein Verdienst. Oh, da ist er. Das war Sir Alferen. Und das war jetzt nochmal high suspicious potenzielles Cheat-Ding. Wenn einer so aus dem Nichts zwei Headshots hintereinander landet, ist das bemerkenswert. Ne, das war... Ach, hier ein anderer hat auf mich geschossen, deswegen. Okay, alles klar. Es war also jemand anderes. Es war nicht der Typ, auf den ich geschossen habe. Also nicht Cheat-verdächtig gewesen. Das ist allerdings schon ziemlich... Ja, genau. Also wie gesagt, ja, vier Kills ist jetzt keine Heldentat, die ich da vollbringe. Aber nur damit ihr mal seht, wie das so abgeht in den Arcades. Was auch noch ganz wichtig ist, ihr braucht, um diesen Rückstoß in-game unter Kontrolle kriegen zu können, müsst ihr die Maus während ihr schießt nach hinten bewegen, um quasi den Rückstoß auszugleichen. Wenn ihr eine schwere Maus habt oder eine Maus mit einer niedrigen Abtastrate, dann ist es ultra nervig. Kauft euch eine leichte Maus. Ich habe die Ninjutsu Sora V2. Die ist super. Ist, glaube ich, momentan wirklich eine der besten Gaming-Mäuste. Und dann braucht ihr noch ein Mauspad, mit dem ihr schnell reagieren könnt. Also ich habe da eins aus Glas. Glas-Mauspad für persönlich finde ich die super, weil einfach die Reibung für die Physiker unter euch, der Reibungskoeffizienz zwischen Maus und Mauspad ist ultra niedrig. Davon ist einer. Bemerkenswert. Team Jim Z. 16 Kills. Niedriges Level. Bemerkenswert. Müsste man nachher mal nachschauen, wie gut der normalerweise so spielt der Bro. Er hat es schon wieder getan. Macht allerdings keine Headshots. Erstmal, zumindest falls er ein Aimbot hat, dann ist der Aimbot nicht eingestellt auf auf Headshots. Aber wir müssen mal gucken. Also wir lassen, wir schauen, wir warten jetzt mal kurz ab. Den google ich nachher. Dann zeige ich euch auch nochmal, wie das geht. Und wenn der dann so ultra, oder spiele ich einfach nur schlecht, kann auch sein. Das sind halt auch Leute, die richtig gut sind. Tier 3, Level 300, das sind Leute, die spielen das Spiel nicht zum ersten Mal. Ich bin, oh Gott, ich bin der Letzte im Server. Aber wie gesagt, das liegt auch daran, dass ich hier parallel am Labern bin. Was mir auch gerade auffällt, dass ich gerade ohne mein Sleeve-Spiel, das ist auch noch was, mit dem wir quasi euer Gaming verbessern. Manchmal ist hinlegen das einzige, was euch am Leben erhält. Boah, das war knapp. Meine Güte. Oh mein Gott. Habt ihr gesehen? Zwei Assists bekommen. Nice. Ja, es führt schon langsam, ne? Bissle. Da vorne ist auch noch einer. Äh, 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 äh. Hä? Wo war denn der jetzt? Nein! Oh. Oh mein Haar, hätte ich es gehabt. Genau, also, dann haben wir Maus abgekaspert, wir haben Sensitivity abgekaspert, wir haben DPI abgekaspert, wir haben die, ähm, besten Waffen für Anfänger, in Anführungsstrichen, abgekaspert. Das ist die SMG, ganz ehrlich. Uuuuh, wieso erwischt der Typ mich jedes Mal, wenn ich nachlade? Das gibt's auch nicht, echt. Sir Alfreon, den hätte ich haben müssen. Ja, wir haben verloren. Wir haben verloren und ich hab keinen großen Beitrag geleistet. Genau. Ähm, dann wollte ich noch was erzählen. Achso, ja genau, und dann schauen wir uns nochmal in die Einstellungen rein. Da gibt's nämlich auch noch ein paar Sachen, die wir erklären müssen. Und zwar ist es so, es gibt da ein paar Einstellungen, die finde ich ein bisschen esoterisch. Und zwar, bei den Grafik, bei den Grafikeinstellungen ist es so, dass ihr, äh, bei Advanced, genau, bei Render Scale, habe ich festgestellt, ihr müsst auf 120 gehen. Dann sieht das Game viel besser aus, als wenn ihr es auf 100 stehen lasst. Keine Ahnung. Stell's einfach auf 120 ein. Ähm, ich weiß nicht, ob er dann mehr Pixel auf den Monitor quetscht. Es ist mir wirklich einigermaßen unklar, was Render Scale bedeutet. Aber wenn das auf 120 hochdreht, dann sieht das Game viel, viel, viel besser aus. Ähm, FPP Camera Field of View, hab ich irgendwo gelesen, dass 95, ähm, es so ist, ähm, dass First Person und Third Person View letzten Endes die gleiche, ähm, Sensitivity haben. Also sprich, der, der, der Blickbereich der gleiche ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber ich lasse es auf 95 eingestellt. Ich spiele sowieso meistens First Person, ähm, aber das auf 95 einzustellen, ist, glaube ich, ganz sensible. Ähm, dann schauen wir mal ganz kurz. Anti-Alysium, very low. Post-Processing, very low. Shadows, very low. Texturen auf Ultra, das hab ich gar nicht eingestellt. Achso, doch, hab ich eingestellt, weil ich die Foliage hochgedreht habe. Ähm, die Texturen. Ich will nämlich, dass diese Gras, dieses Graszeug da, möglichst fein aufgelöst ist. Ich hab's da gar nicht auf voll. Ähm, ich will, dass, dass das Gras möglichst fein aufgelöst wird, weil dann kann man durchs Gras durchschauen. Ich kann nämlich durch fünf riesige, ähm, Grasblätter weniger gut durchschauen, als durch 15 sehr feine. Weil ich kann dahinter dann noch so Schemen erkennen, unter Umständen, die ich nicht erkennen kann, wenn da einfach so ein riesiger Blob auf dem Bildschirm ist. Genau. View-Distance auf jeden Fall auf Ultra hochsetzen, damit ihr, ähm, die Autos beispielsweise, wenn ihr landet und dann direkt weiterfahren wollt, äh, von Weitem schon sehen könnt. Schalten hab ich, ähm, disabled. Ähm, Bausync disablen. Ich glaub, wenn ihr das anmacht, dann habt ihr, seid ihr limitiert auf 60 Hertz. Das wollt ihr nicht haben. Motion Blur wollt ihr auf jeden Fall auch nicht haben. Und DirectX 11 Enhanced, das ist das Einzige, was bei mir wirklich stabil und gut läuft. DirectX 12 ist, glaub ich, momentan noch Beta, oder, äh, noch nicht voll ausentwickelt. Dementsprechend habe ich das, ähm, nicht aktiviert. DirectX 11 ist die aktuelle Einstellung. Ähm, so, haben wir irgendwas übersehen hier? 19, 20 mal 10, 80. Lobby-In-Cap ist egal. Da hab ich's auf 30 FPS reduziert. Maximal In-Game FPS hab ich tatsächlich auch. Was? Wirklich? Können wir mal auf 300. Äh, Brightness auf volle Knäcke hoch, weil das Game ohnehin schon relativ dunkel ist. Deswegen einfach voll aufdrehen. Ähm, Universal Brightness for all Maps. Habe ich enabled. Habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Genau, so. Dann hätten wir, glaub ich, mal so die wichtigsten Sachen abgefrühstückt. Achso, ich hab den Colorblind-Mode aktiviert. Ähm, weil das Blut dann blau ist. Und wenn das Blut blau ist, seh ich's besser. Ich weiß nicht, ob's bei euch auch so ist. Für den Fall, dass ihr... Also, probiert's mal aus. Stellt's mal auf Protanopia um und guckt mal, ob ihr damit besser zurechtkommt. Für mich persönlich ist es ein Vorteil. Ich, ich... Weil aus... Wenn man aus großer Entfernung auf den Gegner schießt und man sieht irgendwas Blaues leuchten, dann ist es für mich einfacher zu spotten, als wenn ich irgendwas Dunkelrotes leuchten seh. Aber vielleicht, wie gesagt, seht ihr Dunkelrot genauso gut wie ich Blau. Äh, Crosshair Color hab ich so eingestellt. Und das sind die Einstellungen fürs Fadenkreuz. Enable Minimap Desaturation. Achso, oh, das ist wichtig. Das ist auch was Lustiges. Das heißt, dass die Minimap nicht so grell ist. Ich will alles grell haben. Ich will so viel sehen wie möglich. Deswegen hab ich das disabled. Eigentlich hätte es heißen müssen, Minimap Saturation und dann Enable. Aber Minimap Desaturation Disable ist dann auch wieder Minimap Saturation Enable. Doppelte Verneinung. Warum die das so machen, weiß ich nicht. Äh, dynamischer Zoom auf der Minimap finde ich immer praktisch. Killfeed, Limit auf 5. Äh, da das meistens... Also, so viel wird nicht geballert, deswegen lass ich's auf 5 stehen. Äh, dut, 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 ansonsten keine weiteren Spezial... Dinge hier. Display, Whispers, Valenmatch, alles klar. Ach, das machen wir auf Disable. Genau. Was haben wir sonst noch? Oh Gott, da ist was, da werde ich bestimmt geschimpft jetzt von den ganzen Profis. Und zwar habe ich das eingestellt. Ihr macht alles auf Full Auto. Es gibt nichts Schlimmeres, als ihr nehmt ne Waffe auf und die ist auf Single Schuss eingestellt und es steht ein Gegner vor euch und ihr macht dann Pum, 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 Pum und seid tot. Ähm, deswegen alles auf Full Auto stellen, beziehungsweise Burst, wenn's kein Full Auto gibt. Es gibt immer Full Auto. Ich schau mal ganz kurz. Ich hab dieses ganze, ähm, Helm und Westen, ähm, einblenden disabled. Also ich zeig nicht, ob ich ne Helm aufhabe oder ne Weste, weil ich will den Skin so haben, wie ich ihn eingestellt hab, äh, im System. Also nicht, ähm, dass das sich, ähm, dass sich der Helm ändert, wenn ich den aufsetze, dass er dann irgendeinen komischen Helm aufhat. Äh, was haben wir sonst noch? Livestream Streams. Ne, das machen wir mal dasselbe. Das find ich nicht gut, glaub ich. Ähm, genau. Was haben wir sonst noch? Ach so, das müsste auf jeden Fall ausmachen. Onscreen Key Guide, stimmt. Und ich erinnere mich, wenn man das Game neu installiert, dann ist das enabled. Macht das aus. Äh, das braucht er nicht. Also wenn ihr mal mehr als 10 Stunden in einem Game habt, braucht ihr das nicht mehr. Das könnt ihr komplett ignorieren. Was haben wir sonst noch? Hm. Bei Controls war das, glaub ich. Sensitivity, alles klar. Das ist wichtig. Crouch habe ich auf Toggle, hinlegen, also äh, knien, hinlegen, laufen habe ich auf Hold, weil ich eigentlich nur selten rumlaufe. Also laufen ist dieses, dieses langsame Gehen. Wenn ich langsam gehen will, dann krieche ich, oder dann, dann gehe ich in die Hocke. Weil warum soll ich aufrecht langsam laufen, wenn ich in der Hocke langsam laufe und gleichzeitig ein kleineres Ziel abgebe. Keine Ahnung, wieso das, also das verwende ich nicht. Sprint habe ich auf Toggle, äh, ich mache einmal Sprint an und dann sprinte ich überall hin. Also ich habe einfach keine Lust, da ständig diesen Sprint-Knopf zu drücken. Den müsst ihr ja dieses ganze Game überdrücken, deswegen habe ich das so eingestellt, dass es Toggle, also einmal einrasten und dann läuft es. Free Look, äh, ist auf Hold. Ich schaue mich dann nur um, ähm, wenn ich diesen Knopf drücke für Free Look. Das ist auch ganz wichtig, da ich hier mit so einem Azeron-Keyboard spiele und nicht mit einem normalen Keyboard, kann ich euch gar nicht sagen, wo bei mir der Free Look ist. Ähm, aber es ist egal. Also wichtig ist, dass ihr so einen Free Look Knopf habt. Dann könnt ihr nämlich auch, während ihr irgendwo im Busch liegt, könnt ihr euch um 380, äh, 360 Grad drehen und in jede Richtung schauen. Was ultra wichtig ist, weil wenn ihr das nicht, diesen Knopf nicht drückt, dann dreht ihr euch im, hinter dem Gebüsch rum und irgendeiner sieht dann, oh, guck mal, da steht ja ein C raus und schießt da drauf. Also Free Look, ganz wichtig, aktiviert den Free Look Mode. Ähm, dann könnt ihr, wie gesagt, in jede Richtung schauen, ohne dass euer Avatar sich irgendwie komisch dreht und dann gespottet werden kann. Ja, Hold Breath verwende ich selten. Canted Sides, Toggle, ja, das ist irgendwie auch logisch. Also da kann ich dann umschalten zwischen, ähm, beispielsweise bei der VSS zwischen Canted Sides und, ähm, und dem eigentlichen, ähm, Scope oder was auch wichtig ist bei der P90. Das könnt ihr dann umstellen auf, auf diese maximale Vergrößerung oder das normale Red Dot. Was haben wir sonst? Äh, Peak mache ich auf Hold, wie gesagt, mit einem Aceron Keyboard. Da muss ich nochmal ein eigenes Video drüber machen, weil das so ein komplexes Ding ist. Äh, es ist kein normales Keyboard, aber Peak mache ich mit, ähm, wie gesagt, mit Hold. Ähm, Aim und ADS ist auch Hold, also, ähm, nicht Toggle. Toggle bedeutet, du drückst einmal drauf und dann macht er das so lang, bis du es wieder drauf drückst, äh, Hold macht, äh, solange der Knopf gedrückt ist, macht er das und wenn du den Knopf loslässt, dann hört er wieder damit auf. Äh, okay, dann hätte ich, glaube ich, jetzt wirklich relativ viel erzählt schon. Überlege gerade, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Wahrscheinlich habe ich Unmengen an Dingen vergessen und ihr habt wahrscheinlich zu Unmengen der Dingen, die ich hier gerade erzählt habe, noch Fragen. Deswegen, äh, meine Bitte an euch, wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe jetzt einfach wie so ein MG alles rausgehauen, was mir gerade einfällt. Bianca, Grüße gehen raus, ähm, das ist das Video zu deinen Fragen und, ähm, wenn du noch weitere Fragen hast, hau sie mir in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen, falls euch sowas, äh, interessiert und falls ihr euch das weitergebracht habt, dann, äh, lasst mir gerne ein Like und Subscribe da und, ähm, ach so, kommt gerne auch mal bei mir in den Discord, äh, Link steht in der Beschreibung. In jedem meiner Videos steht der Link zu meinem Discord in der Beschreibung, ähm, dann können wir mal gemeinsam eine Runde zocken. Und dann können wir auch gerne noch ein bisschen im Detail über irgendwelche Einstellungen quatschen. Also, bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf und, äh, viel Erfolg bei PUBG. Macht's gut, ciao, ciao.